Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect in der Legendary Edition, Teil 1 und mit der dritten Folge inzwischen. Frisch von Edenprime runter haben wir eine Vision gehabt von dem proteanischen Sender, der daraufhin explodiert ist. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu Zitadell, das ist so quasi die Hauptstadt in der Galaktik, und wollen davon berichten, dass Saren ein Verräter ist, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben. Aber bevor wir jetzt zu Joker gehen, das ist nämlich unser Auftrag, genau mit Joker sprechen, gehen Sie Joker ins Cockpit und sagen Sie ihm, dass er die Normadie in die Unlockport der Zitadell bringen soll, werden wir uns hier noch ein wenig umgucken auf der Normandie. Und werden mal gucken, ob wir hier ein bisschen mit den Leuten schnacken können, ein bisschen gucken können, was hier abgeht. Und ein bisschen gucken, wie die Normandie aussieht. So, Ashley. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nachdem was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Ja, wir bedauern das erstmal. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Sie haben es sich verdient. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandie zu haben. Danke, Commander. Ich weiß, das zu würdigen. Wie geht es dir? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Sie haben einen guten Job gemacht. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandie versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Herzlich willkommen. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. So. Joker wartet auf Sie auf der Brücke, Commander. Das weiß ich. Ich wollte nur wissen, ob du noch was zu sagen kannst. Docker, Chuck was? Ja bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Persönliche Fragen. Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Und bedauern Sie das? Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medi-Center auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Und was ist mit Captain Anderson? Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm. Und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Und Kaidan Alenko? Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Was ist ein L2, bitte? Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Ah, okay. Für Biotik braucht er das. Was für Komplikationen? Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme. Wahnsinn. Unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Gut, das war's. Danke. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Haben wir hier vorne noch irgendwas? Nee. Okay. So, Kaidan. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Okay, du hast auch nichts mehr zu melden. Das ist Crew Captain. Okay, ich crack. Crew Crap mich. Das ist die Kabine des Käpt'n so. Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll die Normandy ins Stock bringen. Okay. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Okay, Fahrstuhl, wo können wir denn hinfahren damit? Ach, hier sind wir so ungefähr, was haben wir denn hier unten? Genau, Spindel. Da können wir die Crew mit ausrüsten. Aber das kommt, glaube ich, alles noch. Das ist unser Fahrzeug für die Oberfläche, der Makro. Allianz Ausrüstungsoffizier, hallo. Hey, Commander. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Äh, Vorräte? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Sie bezahlen. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Äh, zeigen Sie mal her. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Äh, ja, 25.000. Okay, das ist Rüstung. Ne, doch, Rüstung, Rüstung. Präzisionsgewehr, Schrotflinte. Updates, Granaten-Upgrade, erhöht die maximale Anzahl. Medi-Gel-Upgrade, sehr schön. Ähm, ach, wir können auch Sachen verkaufen bei ihm. Okay, das gucken wir uns alles noch bei Zeiten an. Ähm, ich möchte nochmal mit dir reden. Nein, ich wollte einmal neue Produkte. Wie häufig bekommen Sie neue Produkte rein? Das hängt davon ab, wie viele Lizenzen Sie erworben haben. Aber ich habe eigentlich immer ein paar neue Produkte im Angebot. Und in jedem größeren Raumhafen kaufe, verkaufe und tausche ich möglichst viele Waren. Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich muss meine Waren möglichst schnell verkaufen. Deshalb habe ich hier immer nur die einfachsten Produkte durchgehend auf Lager. Und Lizenzen, was ist das? Was für Lizenzen? Wozu brauchen Sie die? Die Hersteller vergeben Lizenzen. Mit jeder Lizenz kann ich bestimmte Produkte kaufen und verkaufen. Ich habe ein paar Lizenzen für einfache Produkte, aber wenn Sie andere Produkte wollen, müssen Sie andere Lizenzen kaufen. Viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren sich immer, wenn man sie bekommt. Hersteller? Was haben die anderen Hersteller im Angebot? Es gibt so viele davon, dass ich sie nicht alle kenne. Aber jede Lizenz spezifiziert das betreffende Produkt. Gut, das war's vielleicht später. Danke, jetzt nicht. Kein Problem. Kommen Sie gerne wieder. Mach ich. So, was ist hier unten noch? Ah, okay. Das sieht aus wie der Kern. Element Zero Kern. Okay. Weltintegritätsmonitor. Und Adams. Hallo Adams. Das mit Jenkins tut mir leid, Commander. Okay. Das mit Jenkins tut mir leid, Commander. Okay. Das so gesund ist, hier zu stehen? Wer weiß. So, dann wahrscheinlich... Genau, wir kommen auch wieder. Gut, dann bleibt uns ja momentan nichts anderes übrig, als wieder nach oben zu fahren im Fahrstuhl. Okay, ist nicht der schnellste Fahrstuhl. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Definitiv. So, ÜRG-Kommunikationslicht. Licht, vor allem auch Licht, Kommunikationslink. Oh man, ist schon spät, Entschuldigung. Was für ein Hamburg? Nav Hamburg 141. Irgendwo, so kriegt man halt die ganzen Codex von, ne? Und dann kriegt man halt auch IP, ne? So, gut. Dann werde ich mal mit Joker sprechen, dass er uns reinbringt. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Oh, die Mucke, ne? Oh, die Mucke, ne? Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension. Das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe, Warten. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz-Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz-Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Das ist ein Skandal. Wäre eine thorianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Thorianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, Inspektor außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadelle Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Kapitän Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist der Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er das Verraten hat. Das ist aber die Wahrheit. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Wenn Sie ihn nicht stoppen wollen, werde ich es tun. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Bekter zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilis jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Specters rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadell-Turm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ja, der war nicht gerade sehr freundlich. So, das ist die Zitadelle. Wahnsinn, oder? So was auf Ihnen zu sagen? Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Das war nicht sehr nett. Ganz schön riesig. Sag ich ja. So. Eine Computerkonsole. Wir knacken erstmal ja alles. Ein Bericht der Allianz-Patrouille. Captain Hendrickson hat von einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argus-Ruch-Cluster berichtet. Sie äußerte insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde auch von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschung einstellen konnte. Mit diesem Sektor sind keine Patrouillen geplant. Ob wir ein Aufklärungssystem dahin entsenden sollten? Ja. Frage über Frage. Das gab einen Tagebucheintrag. Okay, das ist jetzt ein Nebenauftrag. Und zwar ein Systemuntersuchung. Wie soll es jetzt in das Hydra-System begeben und eine Untersuchung starten? Deswegen ist es eigentlich im Prinzip so wichtig, dass man alles untersucht, anklickt etc. Damit man auch keine Mission verpasst. Aber wir werden jetzt ein bisschen länger hier verzittert bleiben wahrscheinlich. Ich sehe, was Sie sagen. Aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und Sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Okay, was ist hier los? Callen? Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Callen. Zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Äh, was habt ihr denn für eine Sprachgewohnheit? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als viel mehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Offen, sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Callen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, denn... Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Elko? Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Die Geschichte. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elko. Die Elko hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadellsektors zu entdecken, als wir auf Azari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadelle. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadelle zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Und was ist mit Ihrer Kultur? Ich möchte gerne etwas mehr über die Elko-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen. Wir Elko bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Botschafter? Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und wünsche der Elko-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was! Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, Din. Diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen hysterischen Verdächtigungen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschenkommander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Din Korlark. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenklan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht zu unhöflich, Din. Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Din Korlark, der Botschafter der Volus. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenklan-Mensch? Botschaft? Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volus und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volus-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Was sind denn die Volus, bitte? Ich würde gern mehr über die Volus erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenklan-Mensch. Nee, erzähl mal ruhig von der Geschichte. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation, kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadell und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft, haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Was ist mit der Kultur? Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volus. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Botschafter? Was genau machen Sie hier? Ich versuche die Interessen der Volus zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Was ist denn mit dem Beitritt zum Rat? Warum haben die Elkor und Volus keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volus Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Er ist irgendwie schlecht gelaunt, ne? Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadell. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volus-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadell sind. Gut, mein Lieb, ich denke, wir haben alles gefragt. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Er ist nicht gut drauf. Wir haben gerade ein Level-Up gekriegt. Das gucken wir uns mal eben ganz kurz an. Und ich habe hier immer so ein kleines Notizbuch neben mir liegen, wo ich immer wichtige Dinge aufschreibe oder zumindest kurze Notizen machen, bevor ich vergesse. Ich sage euch auch gleich, warum. Erstmal machen wir den Soldat fertig und machen bei ihm auch das Sturmangriffstraining. Sodass wir auch die Fitness freigeschaltet haben. So, Kaidan kriegt mehr in Elektronik rein und mehr in Dechiffrierung. Und Ashley, du kriegst auch Sturmangriffstraining. Und fitnessvoll und nochmal. So, dann haben wir das gelegt. Und zwar ein Notizbuch, weil diese... Sag schnell, ich weiß nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall sind die nachher noch wichtig. Ich glaube, wir müssen alle finden, die auf uns Zitade sind. Ich habe mir schon den Ersten hier aufgeschrieben, dass der hier im Büro ist. So, Xelter, wer bist du? Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschenkommander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Ist alles in Ordnung? Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was ist denn geschehen? Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo finde ich sie? Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschenkommander. Und was hat sie jetzt getan? Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Ararmiert nachfragend. Und so hin? Wer ist dieser Asari? Erstaunt nachfragend. Sie kennen sie nicht. Sie müssen neu auf Zitadell sein. Alle hier kennen Schaira, die Konsortin. Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Okay, verstehe. Dankend, verabschiedend. Ich danke Ihnen, Menschenkommander. Auf Wiedersehen. So, das ist unser Büro. Hier haben wir ja auch geguckt. So, genau. Bonus und LK Büro. Und Dieners Büro. Da ist eine Lounge. Da ist Hauptquartiz zur Sicherheit. Das hier ist zu richtig. Ja. Okay. Dann machen wir mal hier auf. Und das hier ist so eine Art Ankunft, ne? Ja. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Wie sprechen wir mit der Empfangsdame? Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Äh, Commander? Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honorationen und wichtigen Persönlichkeiten. Standort? Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Wer ist Avina? Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Persönliche Frage? Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Safiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Beschäftigt? Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Gut, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, ebenso. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führer. Das, wenn wir mit dem Rat gesprochen haben, sind hier noch weitaus mehr Missionen verfügbar. So wie ich das weiß. Im Zitadellturm. Okay. Der Zitadellturm ist das große weiße Gebäude weit hinten rechts. Er ist der Tagungsort des Rates und damit das Herzstück der Zitadellpolitik. Okay. Z-Sicherheitsakademie. Der Fahrstuhl, in dem Fahrstuhl zur Z-Sicherheitsakademie finden Sie die Rampe hinunter gleich hinter den Botschaften auf der linken Seite. Zudem finden Sie dort auch die Anlagbuch der Allianz. So, Avina. Okay, wir sprechen mal mit Avina. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadellraumstation. Sind Sie real? Was ist das für eine Frage? Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadellraumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Klingt interessant. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismusterminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Dann erzähl mal ein bisschen was über Zitadell-Sicherheit. Ich möchte mehr über die Zitadell-Sicherheit wissen. Die Zitadell-Sicherheit ist das Sicherheits- und Exekutivorgan in allen Zitadell-Regionen, auch wenn die meisten Offiziere in den Bezirken arbeiten. Executor Palin, ein Torianer, leitet die Zitadell-Sicherheit im Moment. Aber Mitglieder fast jeder Spezies des Zitadell-Raums dienen unter ihm. Wenn Sie mehr wissen möchten, Executor Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit gegenüber der Lobby. Botschaften? Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jedes Bezies des Zitadell-Sektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Die Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Mit der Vergrößerung des Zitadell-Sektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren, gegen viele Vorbehalte. Warum wurden die Menschen abgewiesen? Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadell-Sektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Und was denken Sie? Und Sie? Halten Sie diese Entscheidung für richtig? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Warum zuerst die Volus? Warum waren die Volus die ersten, die eine Botschaft erhielten? Nur eine Botschaft? Warum wurden Sie nicht gleich Mitglied des Rates? Die ständigen Mitglieder des Rates haben eine weitreichende Verantwortung. Sie müssen Truppen und Schiffe für die Zitadellflotte abstellen. Und sie leisten oftmals wirtschaftliche Hilfe in Krisensituationen. Es wäre nicht fair, solche Anforderungen an ein Volk zu stellen, das dem nicht gewachsen ist. Die Botschaften erlauben es minderbefähigten Spezies, eine Stimme auf Zitadell zu haben. Minderbefähigte? Das ist aber verdammt arrogant. Es tut mir leid, wenn Ihnen meine Formulierungen missfallen haben sollten. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadell-Tourismus- und Besucherabteilung ein. Was ist mit den Spectres? Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat aus erwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten Sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Was ist mit dem Zitadell-Rat? Was können Sie mir über den Zitadell-Rat sagen? Der Rat bestand ursprünglich aus Repräsentanten der Asari und Salarianer, der beiden dominanten Spezies im Zitadell-Raum. Vor etwa 1304 Standardjahren nahmen die Torianer aufgrund der Rolle, die sie bei der Kroganischen Revolution gespielt hatten, in den Rat auf. Seitdem bemühen sich diese drei Ratsspezies um das friedliche Zusammenleben der Völker der galaktischen Gemeinschaft unter Erhaltung der Souveränität der einzelnen Völker. Das klingt schon fast zu perfekt. So einfach kann es doch nicht sein. Irgendwo muss es Probleme geben. Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Dann log mit Rit aus. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Gerne. Es ist sehr friedlich hier. Finde ich auch. Sie haben sich einen beeindruckenden See erbaut, obwohl je jemand darin ertrunken ist. Mit Sicherheit. Aber ich habe doch schon... So. Ich habe da schon mit Avina gesprochen. Aber wegen dem Questziel hier. Ziemlich ein wichtiger Ort. Gut, ist ja kein Questziel. Das ist nochmal eine Avina. Es gibt hier Emporium, Gemächer der Konsortien. Da unten ist sie. Das ist zum Bezirk Rapid und das ist der Turm. Okay, nochmal eine Avina. Es gibt genug zu erkunden. Dieser richtige Questkrieg, glaube ich, oder richtig los geht es hier erst nachdem wir beim Rad waren. Gut, mein Lieben. Ich beende die Folge hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir machen in der nächsten Folge noch hier weiter und reden weiter. Mit vielen, vielen Folgen. Jetzt werden viele Gespräche geführt. Lasst mir gerne ein Like oder ein Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Also Like ist ja schon ein Like. Daumen hoch. Like. Falsche Plattform. Also ein Daumen hoch. Ich fange dafür wieder Daumen hoch. Also, lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo. Ich würde mich über beides riesig freuen. Daumen hoch jetzt. Für alle, die das schon getan haben oder noch tun werden. Vielen, vielen Dank. Habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, meine Lieben.